Ich möchte zuerst meine Kollegen hier vom Links-Zuwachs vorstellen. Herr Helmut Prinzler, Stiftung Deutsche Kinemathek. Er ist für die Retrospektiven, die zwei Retrospektiven zuständig. Neben Renate Ziller, die für die Kinderfilmfest, der 14. Kinderfilmfest, schon 14 Mal, zuständig ist. Meine Kollegin Ulrich Greger und zu meiner Reakte Frau Becky Props, Leiterin der European Film Market oder Europäische Filmmesse. Manfred Salzgeber, Panorama, aber auch die Auswahlgremium, das Wettbewerb, ein, die Mitglieder dieses Gremiums. Und ganz, ganz am Ende, der Mann, das wir nicht mehr finden können, aber endlich gefunden haben, Hans Badewitz, Deutsche Reihe, Beratung für deutsche Filme, etc., etc., etc. Sickelisch, es ist für uns nicht einfach, ein Festival zu vorbereiten in die gehende internationale Situation. Wir sind auch Menschen und sicherlich nicht unsensibel zu der Bedeutung dieses Krieges. Wir glauben allerdings, dass die Filmverspiel in ihren Art, in ihren begrenzten Art, das internationale Verständnis und Dialog dienen können. Und die ist der Grund, warum wir wollen unbedingt, dass dieses Festival unverhindert stattfindet. Wir haben immer gesagt, dass wir für Volkerverständigung sind. Vielleicht für viele Zeit hat man diese Worten als leerer Wort genommen. Die sind keine leerer Wort. Volkerverständigung bedeutet auch zu verstehen, andere Kulturen, andere Religionen, andere Volker. Und ich glaube, dass das Kino und unsere Arbeit hier können dazu dienen. Und diese Zeit brauchen mehr denn je Dialog und Verständnis. Man kann keines Problem regeln nur mit den Waffen oder mit den Waffen. Obwohl ein berühmter Filmmacher hat gesagt, auch das Kamera ist eine Waffe. Und wenn es geht um das Filmkamera, dann bin ich auch mit denen einverstanden. Das wäre, was man jetzt als Vorwort sagen kann zu dieser Pressekonferenz. Jetzt möchte ich die verschiedenen Sektionen zu Worten lassen. Und warum nicht erst mal anfangen mit das internationale Forum. Zu unserem Programm. Vor einem Jahr dachten wir, es kann im nächsten Jahr nicht wieder so sein, dass wir einen so starken Schwerpunkt haben, deutsch-deutsche Veränderungen. Und es muss eigentlich mal zur Normalität übergehen. Aber wir haben festgestellt, schon im Sommer, dass die Filmmacher in so starkem Maße beschäftigt wurden und sich auseinandergesetzt haben mit den Prozessen der Veränderung der deutschen Vereinigung, dass hier ein Schwerpunkt sich neuerlich ergeben hat von Filmen. Es sind im Wesentlichen dokumentarische Filme. Aber wir finden darunter sind hochinteressante Werke. Sie messen irgendwie den Puls unserer Zeit und den Puls unserer Befindlichkeit. Und es ist besonders interessant hier zu beobachten, das Gegeneinander, das Gegenüber von Stellungnahmen aus Ost und West. Und ich glaube, dass das Qualitätslevel des deutschen Films, das ist jedenfalls unser Eindruck, deutlich nach oben sich verschoben hat. Wir hatten ungefähr 100 Filme im Angebot. Und wenn ich so das vergleiche in diesem Jahr mit den ein, zwei Jahren davor, dann muss ich sagen, also die Qualität hat deutlich angezogen. Und es hat etwas damit zu tun, dass die Filmemacher und die Dokumentaristen aus dem Bereich der DEFA nunmehr im Film der Bundesrepublik Deutschland, im deutschen Film, wir nennen das jetzt Deutschland eben, hier ihr Potenzial einbringen und dass sich dadurch etwas verändert hat, etwas Interessantes, Neues entstanden ist und dass wir wirklich eine Reihe von Filmen haben, die hochinteressant, kontrovers vielleicht sein werden, aber die zu uns sprechen und die Diskussion erfordern. Wir haben da einige ganz neue Filme, im Countdown von Ulrike Ottinger, letztes Jahr Titanic von Andreas Vogt, die Mauer von Jürgen Böttcher. Aus diesem Film haben wir unser Plakatmotiv entnommen. Unser Plakat muss, glaube ich, in diesen Augenblicken gerade draußen aufgeklebt werden. Ein schmales Stück Deutschland von mehreren Filmmachern, eine Zusammenarbeit von Ost und West, Lev Hohmann, Klaus Salge und Joachim Tschirner und verriegelte Zeit von Sibylle Schönemann. Alle diese Filme setzen sich mit den Prozessen der deutsch-deutschen Vereinigung auseinander. Sie stellen Fragen nach Mechanismen, nach Verantwortlichkeiten. Sie bringen ihre Betroffenheit zum Ausdruck. Und ich glaube, das ist das stärkste Thema, die stärkste Motivation, die wir überhaupt im ganzen Bereich des deutschen und europäischen Films hier verspürt haben. Und wir haben es zentral in unser Programm eingebaut. Der europäische Film ist ansonsten auch stark präsent. Wir zeigen ja immer einen Film außergewöhnlicher Länge. Dieses Mal ist es der Film Out One von Jacques Rivet. Die Länge ist 12 Stunden 30 Minuten. Wir haben diesen Film auf zwei Tage verteilt. Es ist ein Film, den Rivet bereits im Jahr 1971 gedreht hat, aber dann nie richtig zu Ende geführt hat. Und er hat ihn jetzt neu montiert und geschnitten. Und es ist ein Meilenstein der Filmgeschichte, glaube ich, in dem die Elite der französischen Schauspieler auftritt. Und für uns ein Muss, diesen Film zu zeigen, aufgrund seiner Besonderheit und seiner experimentellen Anlage. Wir haben Filme aus England, Derek Jarman, The Garden aus Italien, La Cosa von Nanni Moretti. Es ist ein Film über die kommunistische Partei Italiens heute, über die Prozesse, die sich dort abspielen. Interessant, auch hier den Zusammenhang zu den deutsch-deutschen Filmen herzustellen. Wir haben ein bisschen stärkere Akzente gesetzt nach Skandinavien, Finnland. Natürlich muss ein Film von Aki Kaurismäki in unserem Programm sein. Aki Kaurismäki wird wieder kommen. Es wird wieder sicher interessante und amüsante Begegnungen geben. Wir zeigen aber auch einen Film von seinem Bruder Mika Kaurismäki Amazonas. Und es wird vielleicht interessant sein, diese beiden Filme miteinander zu vergleichen. Wir haben zwei Filme aus Schweden von Stefan Jahre Gute Menschen und einen Film von Peter Kohn, Der Untergang der Architektur. Es ist ein Film über den deutschen Nationalsozialismus, eine Ableitung des Nationalsozialismus aus seiner Ästhetik, wie man es so interessant und so prägnant noch nie gesehen hat. Wir haben zwei Filme aus Österreich, von Ruth Beckermann nach Jerusalem und Die Zimbern, ein sicherlich sehr radikaler Film von Peter Schreiner. Es ist so, dass das Filmland Österreich seit einigen Jahren sehr stark im Kommen ist und dort wirklich interessante Filme entstehen. Das gleiche gilt auch für die Niederlanden übrigens. Wir haben drei Filme aus den Niederlanden, How to Survive a Broken Heart, Transit Levancade. Und besonders schön liegt uns am Herzen der Film Lyrisches Nitrat. Es ist eine Hommage auf den Stummfilm, Fragmente aus alten Stummfilmen neu aufbereitet. Die Sowjetunion ist vertreten mit Alexander Sokourov, seinem neuen Film Der Zweite Kreis und einem Film von Alexander Zeltovich, Sonnenuntergang nach Isaac Babel. Es hat was mit Judentum in der Sowjetunion zu tun und einem georgischen Film Der Tag. Wir haben gegenüber all diesem Deutschen und Europäischen versucht, das Außereuropäische nicht zu vernachlässigen, im Gegenteil, ganz stark unser Augenmerk auch in diese Richtung zu dirigieren. Wir haben eine Mexiko-Reihe, spezielle Mexiko-Reihe mit neuen Filmen. Dort sind im Augenblick junge Filmemacher an der Arbeit und es entstehen neue Filme, ganz neuartiger Thematik. Wir haben Filme aus Argentinien, Chile, Kanada, Brasilien und einen besonders interessanten Film aus Kuba, eine Gegenwartssatire, Alice am Ort der Wunder. Wir haben einen indischen Film, Japan, mit drei Filmen bei uns vertreten. Es sind alles Erstlingsfilme. Und dann haben wir schließlich einen besonderen Akzent in unserer Mitternachtsreihe, das ist Hongkong. Das Hongkong-Kino, meine ich, verdient auch Aufmerksamkeit. Es sind hier Filme, die zum großen Teil im kommerziellen System gedreht werden, aber die mit so viel Professionalismus und so viel Raffinement gemacht sind, dass sie doch interessant zu sehen sind. Und wir beziehen die Hongkong-Filme in unser Asien-Panorama ein, denn Asien ist vielleicht im Augenblick der wichtigste Ehrteil für neue filmische Entwicklungen. Wir haben dann auch viele Filme aus den USA. Das ist vielleicht quantitativ einer unserer stärksten Schwerpunkte. Ich möchte nur erwähnen die neuen Filme von John Yost. Und ein neuer Film von Amos Poe, Triple Bogey. Amos Poe ist vielleicht noch in Erinnerung durch den Film Subway Riders. Ja, ich möchte damit eigentlich die Übersicht abschließen, denn Sie kriegen noch allhand Übersichten und gebe das Wort weiter. Ich weiß aber nicht an wen. Na ja, ich darf ich kein paar Worte über dieses Wettbewerb kann ich die doch sagen, obwohl ehrlich gesagt unsere Pressemappe ist so dick und was man selbst hier sagen kann, im Grund schon in dieser Pressemappe enthalten ist. Aber vielleicht im Gegenteil zu mein Kollege Gregor, ich würde nicht vom Länder sprechen. höchstens kann ich unterstreichen, wie stark Europa dabei ist im Wettbewerb dieses Jahr. Und für das erste Mal anbietet eine echte Gegengewicht zu nordamerikanischer Kinematografie. Aber ich möchte nicht zu viel vom Länder reden, weil für das erste Mal, wir haben hier ein kurioses Phänomen, ein chilenischer Film mit Schweiz und französisch und spanischem Geld gedreht. Ein australianischer Filmmacher, das wohnt in Amerika, macht als britischer Film in Nigeria einen Film, Mr. Johnson und etc. etc. Man könnte praktisch mit halb dieses Wettbewerb diese Art von Spiel machen, von wem wirklich oder welche Nationalität hat wirklich diese Filme. Und das, glaube ich, ist eine Entwicklung von den Koproduktionsabkommen, das immer mehr existieren in Europa zwischen die verschiedenen europäischen Länder, aber auch zwischen Europa und Nordamerika. Und das ist eine interessante Entwicklung, das man hier deutlich sehen kann. Eine Sache, das man auch über das Wettbewerbprogramm sagen muss, ist, dass zwei Drittel dieses Programm haben bis heute kein Verleiher in Deutschland. Was natürlich für das Markt auch eine interessante Entwicklung ist. Hier sind Filme auch zu verkaufen. Und nicht, dass wir das absichtlich gemacht haben, aber ich bin sehr froh, weil dieses Beweis, dass die Fünfe Spiel noch eine Rolle haben, sind insgesamt fünf Frauen von den elf Mitgliedern. Das ist auch eine erfreuliche Entwicklung. Vielleicht, vor euch weitergeben, ich glaube, denn der Logik wäre das Panorama. Ich möchte noch eine weitere Nachricht geben. Und das ist, dass wir seit vier Tagen von der Bundespost eine EDV-Linie gekriegt haben mit das Kino International. Und wir wurden jetzt in der Lage eine Vorverkauf sowie in Europa Center parallel an der Kasse vom International machen. Ich hoffe, dieses ist eine gute Nachricht für die Ostbezirke, dass die Wohner von dieser Bezirke nicht unbedingt hier ins Europa Center kommen muss, aber die gleiche Karten, die gleiche Uhrzeit auch dort finden kann. Das bin ich auch sehr dankbar an der Bundespost, dass wir das doch geschafft haben, weil es war dabei erhebliche technische Probleme zu lösen. Gut, gehen wir weiter ins Panorama, weil vielleicht das ergänzt das Wettbewerb. Und vielleicht möchte ich begrüßen, dass für das erste Mal das Panorama klar aufgeteilt ist in drei verschiedene Stufen oder Sektionen. Insbesondere hat das Panorama nicht mehr Programme als letztes Jahr oder vorletztes Jahr, aber es ist da vielleicht für die Zuschauer ein klarer Überblick gegeben. Das wird ja ein ständiges... Hören Sie es nicht durch? Also ich werde versuchen, deutlich zu sprechen. Ich meine, diese Strukturierung des Panoramas, die ergibt sich auch dadurch, dass wir hier die Kongresshalle als Spielort haben. Und wir haben natürlich die Filme in den großen Saal getan, von denen wir hoffen, dass es aber auch wirklich schön voll wird. Und auf der anderen Seite hat das Panorama ja auch immer so einen gewissen Eigensinn sich bewahrt. Und wir haben so bestimmte Linien im Programm, die nach wie vor im Atelier am Zoo und im Filmpalast Berlin zu finden sein werden. Und wir haben auch im Atelier noch eine zusätzliche Strukturierung vorgenommen, in dem wir eben gesagt haben, die Dokumente laufen also im ersten Teil des Tages und abends die Spielfilme. Das gibt eine gewisse Klarheit auch für Leute, die unter anderem Filme kaufen, was für uns eigentlich auch sehr wichtig ist. Ich finde, es ist nicht nur nötig, den Filmen eben einen Spielort zu geben, sondern man muss auch aktiv versuchen, dass diese Filme tatsächlich ihren Weg machen, wenn es schon nicht mehr unbedingt in die Kinos geht. Da verengt sich ja immer wieder das Spektrum. Dann schon eben in die nicht kommerziellen Spielstellen und auch ins Fernsehen. Eine besondere Aktualität hat die Retrospektive des rumänischen Dokumentarfilms von 1898 bis 1990, die wir im Atelier am Zoo in den Nachmittagsvorstellungen fahren werden. Und zwar so, einmal mit Englisch eingesprochen, einmal mit Deutsch eingesprochen. Diese Retro ist besonders aktuell, weil erst zu den letzten Festspielen die erste freie rumänische Wochenschau kam, quasi ad hoc im letzten Augenblick. Und innerhalb eines Jahres haben wir es doch mit dem Festival von Nyon und mit Moritz und Erika der Hadeln verstanden, eben eine andere Retrospektive zu machen, die in beispielloser Klarheit zeigt, wie in diesem Jahrhundert eben politische Systeme ein Land bestimmt haben. Das ist eine sehr wichtige Veranstaltung und wir haben festgestellt, dass bei den ersten Pressevorstellungen dazu eine sehr gute Resonanz da war. Also wer noch mal diese Filme sehen möchte in einem Querschnitt, wir sind gerade bemüht, noch eine zweite Pressevorstellung zu organisieren in diesen Tagen, möchte sich bitte bei der Redaktion melden. Ansonsten hat das Panorama, wie schon angedeutet, für den großen Saal auch die großen Namen. Allein aus England kommen persönlich Stephen Frayers mit seinem neuen Film The Grifters, Mike Lee mit seinem neuen Film Life is Sweet, Ken Russell mit der europäischen Premiere von Hoare mit Teresa Russell. Also wir werden wahrscheinlich drei Russells als Stars in Berlin haben, nicht nur Jane. Und dann gibt es David Hare in Person mit dem neuen Film, das vielleicht sein persönlichstes Werk nach Weatherby ist, mit dem er den Goldenen Bären 1985 in Berlin gewonnen hat. Also dies nur ein Teil der Briten, die im Panorama zu sehen sind. Es laufen unter anderem auch, wie schon fast Tradition, sehr interessante britische Kurzfilme. Das Panorama zeigt ja auch Vorfilme und da gibt es bei den Briten seit Jahren interessante Tendenzen zu entdecken. Rüber zu den Briten und da ist auch nie klar, was ist ein britischer Film, was ist ein amerikanischer Film, das mixt sich sehr stark. Man sieht zum Beispiel Gary Oldman in einem amerikanischen Film, A State of Grace von Phil Joannou. Man sieht John Hurt in einem Film von Jonathan Nassiter, Resident Alien über Quentin Crisp, auch in New York. Andersrum ist ein Film von John Tregenzer, The Ark, eine britische Produktion, aber der Filmemacher und der Film sind in Amerika zu Hause. Es geht weiter über Amerika mit Barbara Koppels neuen Film The American Dream. Barbara Koppel hat den Oscar bekommen vor etlichen Jahren für den Film Harlan County USA, der hier auch in Berlin zu sehen war. Sie hat acht Jahre an einem sehr, sehr bitteren Porträt gearbeitet von amerikanischen Gewerkschaftlern, die in einem Lohnkampf antreten, aber auf der ganzen Linie verlieren. Weiter geht es eben mit Premieren des Mexikaners Paul Le Duc mit Latino Bar. Dann kommen interessante Filme aus Frankreich, unter anderem Mima mit Nino Manfredi und es kommt ein iranischer Film, Renan Neh von Ali Reza Rezizian, der den Wettbewerbsfilm aus Iran sehr gut ergänzt. Dann haben wir noch zwei türkische Filme da, womit die stärksten Akteure des türkischen Kinos mit drin sind. Das sind Menschen, die auch mit Güney unter anderem gearbeitet haben. Das sind die Filme Berdell von Atif Yilmaz und Herz aus Glas mit dem großartigen Charakterkomiker Genzo R. Kahl. Wir werden auch aus dem Osten ein paar sehr starke Filme haben. Unter anderem wird Miklos Janscho seinen neuen Film in Weltpremiere vorstellen, Gott läuft rückwärts. Das ist eine sehr interessante Thesengeschichte, was passiert, wenn es mit Gorbatschow nicht so weiter geht, wie man es gehofft hatte. Zum anderen kommt ein Film dazu aus Georgien von Irakli Quirikaze, die Reise des Genossen Stalin nach Afrika, der also auch für Aufregung in Sachen Osten führen durfte. Da gibt es eine recht interessante kleine Abteilung. Aus Polen haben wir keinen neuen Film, aber es gibt einen dänischen Film, der in Polen und in polnischer Koproduktion gedreht wurde, Kais Geburtstag und wir haben einen neuen Ungarn von Peter Weida, Voila la Liberté, der sich kritisch und satirisch auseinandersetzt mit den Hamsterkäufen der Ungarn in Wien. Also das nur als kleiner Anriss. Wir haben noch mehr Informationen. Moritz drängt schon, ich könnte noch eine halbe Stunde reden, aber es sind insgesamt nur etwa 50 Programme. Danke. Das Panorama hat ein sehr interessantes Programm, aber wenn man anfängt jetzt über jedes Film zu reden, das glaube ich, wir würden noch, aber er hat wirklich sehr, sehr interessante Sachen, aber ich glaube auch, man dürfte sagen, so wie bei anderen Sektionen sind die auch die Pressematerielle sehr ausführlich, wo sie selbst auch die Informationen haben können. Ja, Retrospektive vielleicht. Ich bin unzufrieden, weil die zwei Damen kommen dann letztendlich doch am Ende zu reden. Ja, der Blick zurück gehört seit Anbeginn zur Berlinale und die Stiftung Deutsche Kinematik organisiert die Retrospektive in diesem Jahr zum 15. Mal, wenn man das nachzählt, mir ging es so, ich meine, einerseits ein bisschen erschrocken, dass es schon 15 Jahre sind, auf der anderen Seite macht sich das natürlich als Erfahrung auch produktiv. Die Vorbereitung dieser Retrospektive werden nach unseren Erfahrungen eigentlich immer schwieriger, vor allem im Aufspüren der Filme, der Kopien und in den Recherchen der Rechte. Das wird natürlich in den anderen Sektionen gar nicht so gesehen, weil da die meisten ja darauf aus sind, ihre Filme hier zu zeigen, aber bei uns ist eher ein Kampf um Kopien und den verlieren wir auch manchmal. Aber es gibt gelegentlich kleine Gewinne, etwa Dr. Strangelove wird in einer Privatkopie von Stanley Kubrick gezeigt, denn er war sehr interessiert, dass der Film hier läuft. Unser Thema und der Hauptthema ist der dritte Teil einer historisch- politischen Reihe, die wir begonnen haben mit Europa 1939, im vorigen Jahr fortgesetzt, mit dem Jahr 1945 und in diesem Jahr mit dem Thema Kalter Krieg. Natürlich legt sich auch über dieses Thema an die aktuelle Lage, und man muss nachdenken, was eigentlich das bedeutet, wenn ein Krieg im Gange ist und man einen Blick zurück auf eine ganz andere Situation wirft. Wir denken dennoch, dass es ein produktiver Blick sein kann, der auch schärft für die Wahrnehmung der Gegenwart. Wir haben 65 Filme ausgesucht, aus sehr viel mehr. Wir haben kleine Gruppen gebildet, um ein bisschen den Überblick zu erleichtern in diesem großen Programm und ich denke, dass man sehr interessante Entdeckungen machen kann. Sie finden die Titel in dem Material. Wir haben ein zweites, kleineres Thema. Das ist eine Hommage an zwei amerikanische Stars, an Jane Russell und Robert Mitchum. Wir hoffen, dass beide kommen. Es gibt, das müssen wir sagen, bei Robert Mitchum einen kleinen Vorbehalt, aktuell, jetzt, aus Amerika hierher zu kommen. Wir sind aber doch guten Mutes, dass wir daran noch etwas ändern können und wir hoffen, dass beide nach Berlin kommen. Das knüpft ein bisschen auch an einer Tradition an, etwa an dem Besuch von James Stewart hier und ich glaube, dass man mit einer gewissen Verneigung vor amerikanischen Stars auch eine Betrachtung von Filmgeschichte differenzieren kann. Wir haben 29 Filme ausgesucht, etwas mehr als wir erst vorhatten. Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir in diesem Jahr in vier Kinos präsent sind und die einzelnen Titel auch öfter wiederholen können. Wir spielen im Astor und das Astor ist technisch überholt worden, also das ist sehr wichtig für uns, dass die Projektionen gut sind. Wir spielen in der Urania und Astor und Urania Kalter Krieg dann im Cinema Paris die Hommage für Jane Russell und Robert Mitchen und im International aus beiden Programmen einen Querschnitt und zwar dort in deutschen oder deutsch untertitelten Fassungen. Das wäre eigentlich so aufs Kürzeste ein kurzer Blick auf unser Programm der Retrospektive. Und zu beiden wurden eine Publikation werden. Wie in jedem Jahr. Die Kinematik macht das ja nun glaube ich zu einem in der Tradition schon, dass wir Publikationen zu den einzelnen Themen vorlegen und das sind inzwischen schon an die 30 und daraus summiert sich natürlich auch ein Stück Filmgeschichte, was über die Retrospektive hinaus dann erhalten bleibt. Jetzt glaube ich der nächste wäre der Kinderfilmfest. Es war uns gelungen in Wettbewerben nur neun Kurzfilme zu finden. Dagegen haben die Kinderfilmfest mehr Kinder Kurzfilme dann je glaube ich zu sagen. Ja genau das ist das Stichwort also lange Rede kurze Filme. Es geht zum ersten Mal darum, dass wir die Kurzfilme 11 an der Zahl 9 im Wettbewerb zwei außer Konkurrenz in zwei Programmen vorführen. Dafür gibt es mehrere Erfahrungsgründe. Wir erreichen nämlich damit zum ersten Mal das jüngste Publikum des Kinderfilmfestes. Da wir ansonsten bei den langen Filmen oft das Problem haben, dass wir Filme ab acht Jahre erst anbieten können. Aber mit diesem Kurzfilmprogramm A5 und A6 Filme können wir eigentlich mal wirklich die jüngsten Kinogänge erreichen. Es gibt Erfahrungen, dass das auch funktioniert, wenn man diese Filme jetzt koppelt, die ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Wir präsentieren sie so mit einer Pause, dass jeweils nach dem Film auch die Regisseure zu diesem Werk vorgestellt werden. Auch dazu sollen Gespräche laufen, wie diese Filme entstanden sind, mit welchen Trickformen. Wir haben zu all diesen Filmen auch die Regisseure eingeladen. Alte Bekannte sind im Programm, nämlich Pingu aus der Schweiz. Wir haben also andere Prominente, als bisher genannt wurden, eine Trickfigur aus Knete und daneben Bulten, der auch schon mal hier zu Gast war, eine Zeichentrickfigur aus Schweden, um nur einige zu nennen. Und zum Zweiten wollte ich neben dieser Besonderheit über unseren Schwerpunkt sprechen. Das sind Filme aus Asien. Und neben Japan, China sind zum ersten Mal Länder wie Indonesien und vor allem Vietnam dabei. Und wir haben ja der Presse alle unsere Filme schon präsentiert und kamen im Anschluss an die Sichtung des vietnamesischen Films mit dem deutschen Titel Wander Zirkungs von der Regisseurin Viet Lin in die Diskussion, ob das denn eigentlich ein Kinderfilm sei. Und wir haben uns auch sehr lange Gedanken gemacht und gefragt, ob wir diesen Film den Kindern zeigen wollen. Wir meinen aber auch, dass wir uns nicht nur für ein Publikum, sondern in erster Linie auch für einen guten Film entscheiden und wagen es, diesen Film jetzt in diesem 14. Kinderfilmfest zu präsentieren. Er zeichnet sich aus, vor allem durch seine guten Bilder, durch seine Ästhetik, durch etwas, Geschichte, die aber dieser ganze Film trägt. Und wir hoffen, dass wir dadurch auch mit diesem Film Kindern wieder ein Stück Kultur näher bringen, das hier fremd ist und das auch für uns fremd ist, dieses Land. Und wir hoffen, dass wir die Regisseurin dieses Films hier in Berlin begrüßen können, weil wir es für sehr wichtig halten, dass man nach diesem Film sprechen kann. Und Fragen werden sicherlich aufkommen, die wir allein nicht Regisseure auch sagen kann. Wir haben viele Zusagen zu den Filmen, die wir im Programm haben, werden die Regisseure kommen, um mal gegen viele Absagen vielleicht eine andere Meinung in den Raum zu stellen. Viele dieser Regisseure wollen nach Berlin kommen und wollen ihre Filme hier mit dem Publikum gemeinsam diskutieren und vorstellen. Und alle weiteren Informationen gibt es bereits im Programmheft, das liegt auch außen und da können Sie alles praktisch nochmal mit Spielzeit mit Ort aufgelistet sehen in dem neuen Programm FTS 14 Kinderfilmfest. In jedes Fall, wenn wir zu Ende sind mit dieser Runde, stehen wir zur Verfügung für jede Frage. Nächste ist die European Filmmarket, eine Markt in volles Wachstum, sobald ich das höre. Becky Pops. Das ist der vierte europäische Filmmarket und ich muss da ein Klammern machen, der Name Europäische Filmmarket ist seit ein paar Tagen jetzt geschützt. Man kann es nicht einfach unendlich diese Namen kopieren. Die Idee kam von der Filmverspielleitung, weil man sagte, mit 92 mit Europa riskiert man, plötzlich in Europa zehn europäische Filmmarkets sind. Und wir wollten die einzige sein. Und jetzt ist das uns gelungen durch diese Patent. Und dann die europäische Filmmarket das Jahr ist wirklich mehr europäisch denn je. Wie der Herr Dörhadung, Herr Gregor und Panorama Manfred Salzgeber sagten, es gibt ein ganzes großes Gewicht auf Europa. Und natürlich das spüren wir auch in den Filmmarket. Wir haben sehr große Pakete von Filmen von europäischen Ländern wie Frankreich, Skandinavien, Großbritannien und so weiter. Und auch die europäischen Länder treten auch sehr stark auf im europäischen Market das Jahr. Die Franzosen kommen en force mit einem sehr repräsentativen Stand. nach diesem Formel The British in Berlin von letztes Jahr. Das hat sehr viele neidische Leute gemacht. Alle wollten so schön repräsentiert sein wie die Briten und wir müssten ihnen entgegenkommen und jetzt sind die Franzosen sehr repräsentativ da und die Italiener auch unter dem Namen. Sie könnten leider nicht Besseres finden. Sie heißen die Italiener in Berlin also wie die Briten in Berlin. Und dann haben wir auf die technische Seite in der European Full Market Änderungen da hat man schon Geld investiert. Ein Studio ein Videostudio ist endlich jetzt ein richtiges 35 Millimeter Studio geworden und alle die anderen Studien auf die heutige Technik aufgebracht. Also wir Esa Dolby in the Studios werden diese Fünfe Spiele werden wir zwei Treffen haben ganz unkonventionell in dem Sinn wir heißen uns nicht Seminar und so man sagt zu die Leute ab 18 Uhr können wir uns in Market Club treffen weil es gibt im Moment einen Konflikt zwischen American Full Market und den Mifet der American Full Market macht plötzlich einen Market genau an diesen Daten wie Mifet im Oktober der Mifet geht jetzt eine Woche zurück ohne Protestation ohne nicht und wir wollen in Berlin sehen was ist jetzt die Rolle von Berlin in diesem Konflikt wir schauen ich meine wir machen nicht mit in diesem Konflikt wir sind nur schauen und wir werden in diesem Treffen über die Zukunft von den europäischen Film Markets reden und das zweite Treffen ist vor einem Jahr weil ja der Variety hat so einen Titel gehabt The Wild Wild East und wir haben da ein Treffen gehabt was ist in diesem Wild Wild East es kommen immer wieder neue Firmen neue Companies und seit einem Jahr für uns was uns betrifft in der Market ist sehr ruhig am Osten also wir wollen wissen was ist in diesem Jahr passiert wo sind diese neuen Companies geblieben und so weiter das war Wie viele Filme hast du schon fest bis jetzt sind 380 Filme aus 37 Ländern und das ist wirklich absolut Maximum in dieser Jahreszeit ergänzen oder teilweise ergänzen zu der Filmmarkt aber nicht ganz Filmmarkt aber trotzdem auch Filmmarkt die deutsche Reihe Heinz Beiderwitz Die Reihe neue deutsche Filme ist die einzige Sektion der Berliner Filmverspiele die gemeinsam vom Forum und vom Wettbewerb ausgewählt wird bis zu 24 Filmen ist der Wettbewerb zuständig für 12 Filmprogramme das Forum das Gesamtprogramm der Reihe neue deutsche Filme wird dem Filmbühner am Steinplatz gezeigt und dieses Programm ist zugänglich nur für alle akkreditierten Teilnehmer des Festivals auch Journalisten natürlich es ist nicht öffentlich um eben einen Schutz zu haben für diese Filme falls sie ausgewählt werden zum Beispiel auch für die Keseen nach Cannes das ist jedes Jahr möglich die kommen ja auch her um hier Filme auszusuchen war das erste Mal gleichberechtigt in die Auswahl mit einbezogen wurden auch die Filme der DEWA es wurde also keine extra Reihe gemacht ex DDR oder irgend sowas sondern sie laufen vollständig mit einbezogen in die Reihe neue deutsche Filme ein Regisseur der DEWA war bei uns im Auswahlkomitee und hat es mit ausgewählt und wir waren alle einer Meinung es waren vier Filme die dazu ausgewählt worden sind so vor wie Ihren Fragen antworten habe ich noch einige Kurznachrichten zu geben allerdings das nicht in die Dossier sind zuerst für die erste Mal die Pressekonferenzen würden in Berlin über Kabel Fernsehen übertragen ich begrüße FAB die neue Fernsehkanal und sie können auch wenn sie zu faul sind zu die Pressekonferenzen kommen die auch zu Hause jetzt sehen ob die vollständig sind oder gekurzte Fassung das warte ich auch zu sehen wie das sein würde in jedes Fall finde ich das ist auch ein Service und ich möchte dafür sehr bedanken die FAB